rentenzahlung im august 2023 mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de ja wie immer jeden monat beantworte ich gerne die selben oder die ähnlichen fragen wann bekomme ich im monat august 2023 meine altersrente meine erwerbsminderungsrente meine hinterbliebenen rente ausgezahlt die frage stellt sich berechtigter weise aber selbstverständlich gerne auch hier die kurzen antworten auf diese wichtige frage am 31 august 2023 das ist so schaue ich auf den terminkalender ein donnerstag werden folgende rentenleistungen gezahlt und zwar die nachschüssigen rentenleistungen für den monat august das heißt also ende august für den laufenden august werden die rentnerinnen und rentner ihre altersrente bekommen die ihre rente nachschüssig bekommen also nach dem ersten vierten 2004 ausgezahlt bekommen das dürfte die masse aller gesetzlichen rentenempfänger sein und diejenigen die vorschüssig ihre rente bekommen das heißt also für den monat september 2023 die rente bekommen ich spreche von der altersrente und der hinterbliebenen rente und selbstverständlich auch von der erwerbsminderungsrente die bekommen am 31 8 2023 schon ihre rente für den monat september ausgezahlt meine damen und herren der 31 8 2023 ist der letzte bank arbeitstag im monat august das heißt genau an diesem tag muss das rentengeld ob nun vorschlüssig oder nachschüssige zahlung bei ihnen auf ihrem konto sein so habe ich es auch schon für die anderen monate erklärt bis zum heutigen tage habe ich noch keine anfrage einbekommen wo man mir mitgeteilt hat dass das geld nicht an dem entsprechenden tag drauf war das wäre auch sicherlich eine ganz klare ausnahme also noch mal am 31 8 2023 ist der letzte bank arbeitstag im monat august 2023 und da muss die rentenkohle auf ihrem konto sein näheres zu diesem thema finden sie wie immer auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine super rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel und dann